Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Rainbow Six Siege mit allem von Team Heatsmeet, mit Bram, Peter, Sepp. Ich bin wieder auf dem hässlichen Dach gestartet. Ja, ich weiß. Und dem hässlichen Dach. Peter, wie kommen wir denn jetzt hier runter? Wir spielen immer noch casual, weil wir noch nicht Level 20 sind alle. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier runterkommen. Aber ihr macht das schon. Aber wir sollten langsam den Großteil der Operator-Zone ist da. Das ist doch zu kotzen. Cool, ich bin auf der Terrasse gelandet. Ne, Bram, dann verfallen. Ja, Peter, ich hab's geschafft! Ich auch. Peter hat's geschafft. Ich hab die noch nicht mal gehört. Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Hey, da ist ein... Ne, da ist auch kein Eingang. Was heißt denn, Peter hat's geschafft? Ja, wir sind auf nem Dach. Ja, wir sind auf nem Dach. Wir sind auf nem Dach runterzukommen. Ja, alles klar. Moment, da wo ich war, war ein Gemmer. Da war ein Gemmer, ja. Ich geh noch mal gucken. Ich hab's nicht gefunden, nicht herausfinden können. Ich geh noch mal gucken, was wir hier rausfinden können. Moment, ich will meine eigene Drohne stellen. Ja, die sind im Keller, ganz unten. Wo ist denn hier ne Kamera, Jay? Ja, hier ist ein Gemmer. Schießt du grad aus die Kamera, oder wo drauf schießt du? Ja, ja. Ne, da ist ja die Kamera. Wie scheiße ich bin ich, Jay? Wow! Wow! Nice, Jay. So, da können die schon sein, ne? Können die hier schon sein. Seid ihr schon gespottet worden? Ne. Ne. Ah ja. Wieso können die denn hier schon sein? Das ist ja Oberg. Ne, ich guck, ob da sich einer verkämmt hat drin. Ich fahr hier grade durch. Hier ist keiner in der Garage. Alter! Alter! Sepp, Sepp hat die roten Stiefel aus How I Met Your Mother an. Was? Du trägst die roten Cowboy-Stiefel. Ich bin da, ich bin da durch. Ich bin über die Gemmer gesprungen. Ich kann dir noch, ich kann dir noch gucken vielleicht. Die roten Stiefel? Ja, das rote Stiefel an. Nice. So. So, Bram, du gehst vor den. Da rechts, 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 rechts. Du gehst vor den. Oh nein, Bram. Wahrscheinlich tot. Ich könnte Bram wieder beleben. Sollte ich erst schießen? Ja, ich werde schießen. Die sind da alle schon, ne? Ihr seid ja mit dem Bram wieder. Da ist er. Okay, schreien da auch. Jay, Jay, die sind da. Oh, die schießen. So, lol. Oh, Leute. Spottet die doch nochmal. Oh, Jay, was war das denn? Ich wollte durch, ich wollte da durch den Smoke durchwaschen geradeaus. Das war aber blöd, weil, äh, da war eine Tür, die war zu. Wie konnte ich dich kaputt hauen? Hallo. Ich hab die Wand weggehauen. Scheinbar. Leute, lass mich dann nochmal mit einer Drohne reinfahren. Ja, macht das, Peter. Die, die Tür ist auch frei. Der ist. Links ist ne Treppe, Chris. Links ist ne Treppe. Ja, ich weiß. Achso, ja, könnte der sein. Ich bin jetzt einfach mal davon aus, dass da keiner ist. Ah, den haben wir. Den einen haben wir. Gibt's nicht noch einen Alternativengel? Ach nee, das bist du, Peter. Der schießt hier durch die Wand, der Wichser. Nein, der ist im Tresen. Ich smog die mal weg. Scheiße. Da ist einer. Das ist auch echt, eigentlich ziemlich dumm, dass wir alle an derselben Seite reingehen. Ja, das ist eigentlich. Ich weiß nicht, ob's, Bram geht jetzt nach oben. Nö, ist das eigentlich nicht. Wenn wir glauben, dass wir unsere Team-Eigenschaften so ausgehen können. Au, 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 da ist einer. Der hat doch auch schon Christian gekillt. Ja, weiß, wissen wir. Ja, sorry. Hier sind halt tausend Ecken, wo die herkommen können. Peter, rush mal geradeaus durch. Ich flash die mal da vorne. Rush mal geradeaus durch. Hab ich. Boah, Alter, 25 Leben. Da geradeaus durch, Peter. Da ist einer. Ja. Einer ist links und einer ist rechts, sitzt doch bei euch, Jungs. Ja, und geradeaus ist auch. Und einer, einen wissen wir noch nicht. Ja, nur noch drei, 25 live. Ja, Peter. Da kommt einer. Der kommt vor, der kommt. Nein, Sepp. Er ist noch nicht tot. Ja, jetzt ist er tot. Habt ihr gebaitet, Junge. Warte mal, es muss irgendwo eine Möglichkeit geben, von oben da rein zu kommen. Ja, wenn du dich umdrehst. Warte. Ja. Links. Da wo Sepp ist halt. So, links. Hier kann ich rein, Peter. Hier kann ich rein. Ja, da wo Peter ist. Da wo Peter ist. Peter, du bist grad hier richtig. Ja, wo Sepp offenbar ist auch. Ja, aber nicht nach unten. Aber das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Hier ist, hier ist, hier ist. Hör nicht auf Sepp. Geh da rein, wo du da. Ich kann da nicht reingehen. Ich will die mit Fius killen. Ja, dann schieß die auch von oben rein. Kannst du da nicht reinstecken? Ja, richtig. Dann macht er da, macht er da und dann kommst du zu mir rüber. Aber hier sind die doch nicht unter mir, oder? Da kommst du zu mir. Ja, da kommst du zu mir, Peter. Ich müsste eh. Ja, lol. Nein. Peter hat sich sehen. Wie geht das denn? Das explodiert doch, Peter. Das hast du doch schon mal gebracht. Das ist doch in Sekunden. Wow. Ja, rein da, komm. 2-1, Risiko, Darkwing, Sepp. Falsch rum, Sepp. Falsch rum, Sepp. Alter, geilste Runde ever. Alter, fahr da, ey. Das erinnert mich irgendwie an CS. Geiler Effekt da mit dem Wasser. Das ist grad so die erste Runde, weißt du. Alter. Ja, alles so total so. Ja. Nix funktioniert. Ey, ne, kann ich Puls haben? Ja, klar. Weil der ist so Quest von mir gerade. Der ist so, ich hab gar nicht auf meine Quest geachtet. Scheiße. Ich nehm mal Wook. Ja, genau. Gib uns mal. Hat irgendwer den, den Typi, der alles unter Strom setzen kann, dann nehm ich Wire mit. Ansonsten nehm ich die Nitro Cell. Ne. Ich hab den Stromtypi sonst. Die, 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 der Stromtypi. Wollt ihr den nehmen? Wollt ihr den nehmen? Ich wollt nur fragen, ob ich das, 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 das... Wenn, wenn man, wenn man mit dem, mit den Drohnen durch den Strom gesetzten Stacheldraht fährt, dann gehen die kaputt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das wusste ich noch gar nicht, das ist voll cool. Ja, ja, aber das ist cool, das wusste ich nämlich nicht. Äh, Leute, ich hab Weste, ich hab Weste, ich hab Weste. Ja, setzt die mal immer bitte direkt hin. Ich hab Weste. Schau danach immer ab. Ich hab Weste. Peter jemmt gerade. Ja, ja, ich versuch's. Alter, wie viel, wie viel Wände gibt denn hier? Eins, zwei, drei. Erfolgs gescheitelt. Wuhu. Ist das wirklich so gut da zu machen? Also ich hab die Wände... Wir müssen hier noch Wände verstärken. Gibt's hier noch einen Eingang, wo die durchkommen können? Ne, oder? Gibt's noch ne Decke? Was ist das denn? Ten seconds remaining. Also hier gibt's auf jeden Fall noch einige Wände, die... Ja, wobei, das ist eigentlich viel klüger, die Sachen offen zu lassen. Du kannst ja... Ne, du kannst, du kannst doch ein Loch ein... Kann jemand, äh, Dingens gucken? Ich will den Forst noch. Ja, aber dann siehst du halt direkt, wenn da jemand kommt. Wo... Okay. Geh ich mich denn hin? Guckt irgendjemand Kameras? Ne, ich kann nicht. Ne, ich kann nicht. Auch nicht. Wo kämpft ich mich denn hin? So, gucken wir mal wo die sind. Äh... Da sind sie. Oh lol. Komm mal übers Dach und so weiter. Haupteingang. Ja, aber die meisten kommen durch den Haupteingang. Jawoll, wir ballern den Haupteingang voll kaputt. Die scheißen doch irgendwie auf Kameras. Alter, du kriegst grad voll Punkte sammeln. Woll geil. Mal, ihr halt auch. Einfach die ganze Zeit, äh... Jetzt sind die drin. Wie ist denn das hier in dem Raum von oben? Wir haben da einen Spiegel. Ist der kaputtbar? Weiß ich gar nicht. Da kommt nur noch eins. Ich glaub nicht. Wir gehen ziemlich straight forward. Der ist doch schon da, oder? Oh, die schießt noch nicht, Jay. Kamera ist jetzt in einmal. Ich benutze mal mein Pulsding. Der ist doch schon hier vor unserer Tür, oder nicht? Kommt mir so vor. Hä? Ah, Jay. Nice. Nice. Jay steht 600 Meter weiter vorne. Wir haben übrigens in einer Folge, ähm, wundert sich darüber, dass die Kinder lassen. Wir haben übrigens in einer Folge, ähm, hatten wir Cheater. Weil da ein männliches Schrei hieß. Oh, Mann. Ja, wir hatten in einer Folge, ungeblich Cheater drin. Was? Was ist mir da denn gerade entgegen geflogen? Was? Vielleicht Jay seine Organe. Oh, die Tür auf. Richtig dumm. Okay. Man sieht nichts über Kameras. Den, ich weiß nicht wo der ist. Ich weiß nicht wo der ist. Der schießt doch auf mich. Und der Sniper. Der guckt doch durch die Wände. What the fuck? Müsste der Sniper gewesen sein, oder? Nee, der ist der Sniper. Aber der war doch hier ganz normal. Nee stimmt, da war der Diesel. Diesel hab ich. Alter, was geht denn da ab? Shit. Hinter dem, hinter dem, äh, Desk. Ja, genau. Da ist noch einer. Schade Chris. Das ist scheiß, alter. Ja, aber ich muss... Kannst dich auch im Liegen übrigens nach rechts und links, äh, dingsen, ne? Ja. Nice shot, by the way. Da ist noch einer, oder? Und da hinten auch. Also ganz links an der Tür. Bei dir links an der Tür ist einer. Christian, da war links eine Drohne. Höchse. Hinter euch, Termite! Hinter euch! Okay. Aber ich zippt nicht einmal. Soll ich nach rechts zählen? Rechts zählen. Fuck! Ich hab dich schon angehitzelt. Ich bin spotter. Wovon bin ich denn? Oh fuck. Der hat noch 20 Leben oder so, der Fius. Ja, ich bin trotzdem kaputt. Nice, der ist down. Die machen die Tür, äh, Band kaputt. Da links. Die müssen da nur beistehen, oder? Nice! Nice, Sam! Hab ich beide gemacht? Damit haben sie nicht gerechnet, das ist so massiv gegangen. Der eine war hurt. Ne, der eine war hurt. Achso, der lag auf den Boden. Den haben wir ja schon umgeschossen. Genau. Wuh! Das war auch schön hart. Attacke. Obwohl mich der eine gekillt hat, weiß ich aber echt nicht. Das hab ich auch nicht gecheckt. Ich glaub, durch die, durch die Wand durch, hat sich da ein kleines Loch gemacht. Du musst doch in der Kilken gesehen haben wollen. Ja, stimmt. In der Kilken hab ich gesehen, wie der, äh, der hat, der hat durch die, durch die Tür geschossen. Aber ich hab mich durch die Tür nicht gesehen. Also, ich weiß nicht, wie der mich gesehen hat. Also, die Tür war... Also, die Tür war... Ja, das ist nicht unmöglich. Aber du warst auch nicht spottet, oder? Ne, ich war nicht spottet. Komisch. Komisch. Neh, nehm ich mal Montage. Montage. Neh. Ja, wir haben ja Montage gerade. Ja, wir haben ja Montage gerade. Stimmt, deswegen darfst du heute eigentlich gar nicht spielen. Äh, ich fahr nach oben. Ich fahr nach unten. Stimmt. Denn heute fängt das Wochenende an. Wiii. Oh, jetzt bin ich im Keller gelandet. Hier würde ich gar nicht reingelieben. Ich bin aber auch im Keller. Ich bin da, wo wir vorhin reingekommen sind, am Polizeiauto. Gucken, wo die sind. Ich hab's! Erste Etage, direkt in den Aufzügen. Okay. Oh, shit. Office, Office Hallway heißt es. 1-11. Oh ja, da schießen wir schon. Wegen Christian, dann kriegen wir den Rufen nicht. Ah, kacke. Ich hab' einen... Oh, sehr gut. Nein! Objektiv. Nice. Nein! Mach mal die Kameras hier weg. Wo sind die denn? Achter. Ich weiß das gar nicht genau. Die guckt doch hier in den Gang rein, oder? Lass doch von unten wieder kommen. Das ging eigentlich relativ gut. Da kann man die Treppe hoch. Genau, Jay. Wir gehen mal zusammen hier. Kann man hier auch drauf? So? Klar. Nice. Da gibt's doch wieder eine Kamera, Jungs. Oh, wir sind auch sehr gut dran. Soll ich mal aufmachen, Jay, oder willst du hoch? Kannst aufmachen, was du willst. Willst du von oben kommen? Mhm. Sollen wir hier rein? Ich stell mich mal hier vor, auf euch die Erde irgendwie rauszuballern. Ich spring weg. Bis dann? Ich spring's weg. Ach, der Raum ist da. Da ist einer! Da ist einer! Da ist direkt einer. Soll ich reingehen, oder? Ne, warte. Warte. Halt das Fenster klar, und ich schieß durch die kleinen Schlitze, die du lässt. Okay, so? Ja. Alter, der hat mich angeschlossen! Wie geht das denn? Weiß aber auch nicht. So, sollen wir hier nicht da mal durchfusen. Warte, Bram, lass mich da durchfusen. Na, was? Da links ist auch ein Stock. Da hat der mich getroffen, der Arsch. Wie ist das denn? Das ist aber nicht der richtige Stock, wenn wir da runter gehen. Boom, Headshot, Junge! Der ist direkt drunter. Krass. Da war einer. Das geht. Der Diesel, der schießt echt durch die Wände, der Arsch. Wir scheinen nicht direkt vor Ort zu verteidigen. Der Diesel ist tot. Nice, Christian. Ich wurde gesprottet von der Kamera, die... Wo geht die denn nochmal hier oben links? Ha! Alles, Peter. Alles. Was? Pass auf, was soll ich jetzt machen? Ich mach das Ding jetzt mal auf und schmeiß da mal meine Kamera rein. Dann gucken wir uns da unten kurz um. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ich bin nicht mehr auf der Treppe. Schön. Wieso nicht? Jay hat da einen gescannt. Jay hat einen gescannt. Ich bin noch auf der Treppe. Nice. Der sitzt hinter dem. Sehr gut. So, du siehst wo die sitzen. Soll ich mal da rein? Ja, ja. Warte, ich schmeiß ne, ne, ne Dings, ne Flash. Warte, die Granate hat die nicht gekillt. Dann geh ich rein. Ja, der ist nach rechts weg. Go, go. Jetzt müsste er sterben. Rechtsseite ist einer. Linke Seite, liegt am Boden, liegt am Boden, linke Seite. Nice. Richtig gut, Leute. Wuuuuh. Richtig gut. Oh, jetzt bin ich der Letzte. Jetzt sieht man nochmal... Oh Gott. Nee, ich bin der Letzte. Du hast mich die ganze Zeit voll hart angeschossen, du Sau. Nein, hab ich nicht. Ja, ich hab's wohl gemerkt. Nein. Hat man gar nichts gesehen, oder? Ja, den Wook fand ich ganz cool. Ja, der hat die P90, ne. Die scheint ja ganz gut zu sein. Der hat die P90, ist richtig geil. Muss nicht so oft nachladen. Muss trotzdem ziemlich genau. Und natürlich, ihr kriegt natürlich auch noch richtig schön, richtig schön Rüstung. Gute Art. Die hab ich natürlich das letzte Mal genommen. Ja, natürlich. Hoppula. Der Dock hat auch ne P90. Der Dock hat auch ne P90. Der Dock hat auch... Gib uns mal einen geilen Raum. Ich dachte, der Rook wär der einzige, der die P90 hat. So, Windforcen. Hier ist unten. Man macht schon. Bis hier kommen sie rein. Hier muss man Windforcen. Alles. Ach, die kommen von der Garage hier, ne? Die sind quasi da, wo die am Anfang waren. Wird sehr gut sein, dass die von der Garage kommen, ja. Ab wo ist denn hier draußen? Ey, hier ist noch eine... Eins! Dahinter. Hier ist noch eine Wand, die versteckt werden müsste. Zwei. Drei. In dem Objective-Raum. Ich mach mal, ich mach mal den Weg, äh, zur Garage zu. Richtig. Also, ich brauch hier, wo ich bin, brauch ich noch... Ja, ich hab keine mehr. Also, wir brauchen noch... Eine hab ich sofort noch. Warte mal. Oh, die können über die Decke relativ gut wiederkommen, ne? Wo denn? Na, hier sind zwei Deckendinger. Bei mir. Über mir. Ja, wow, da wo du bist, da ist ja das Objective ewig weit entfernt, oder nicht? Aber die können ja hier nicht... Die kommen übrigens wieder jetzt. Heute über die Garage eigentlich... Schon seit ne halben Minute, ne? Ja, guck doch durch die Kamera. Oh, da kommt die Kamera, ne? Die laufen nicht durch die Garage. Die sind über die Garage, über das Auto hochgelaufen, da wo wir auch nachgelaufen sind. Okay. Also, nicht über die Garage, okay. Die könnten durch... Oh, ich mach mir mal zu, ne? Die sind in der Hall. Die sind in der Lobby-Hall. Ich glaub, ich bin ein bisschen, äh, falsch gelaufen. Äh, hm. Vielleicht hab ich sie verwirrt dadurch. Mein Ramleiten ist so nix. Ja, das macht ja auch mal eine Barrikade zu. Ach so, du hast den gemacht, dann lauf ich hinten rum. Fuck, ich seh die über die Kameras nicht. Ja, die machen die alle direkt kaputt. Da haben die eben nicht gemacht. Doch, außen, da wo wir hochgegangen sind, da ist einer, da wo der Polizeiauto steht, wo man hoch wollten konnte. Da hängt einer am Fenster. Aber der Rest ist weg. So, hier sitzen wir doch schön. Hier sitzen wir doch schön. Cardix-Sensor? Hä? Plus 5? What the fuck? Der Meister ist einer in der Nähe. Ja, aber ich seh ihn nicht. Der ist über mir, oder? Abram und Jay gehen wieder vor. Ja, ich hör Steps hier. Ah, da ist einer. Scheiße, hier haben wir den Sniper. Wir haben... Oh ja, die haben Sniper. Schießen wir auch? Nice Jay. Oh fuck! Einer ist auf der Treppe. Oh fuck! Da sind zwei, Peter, Abram. Da hab ich meine... Da waren halt zwei. Warum geht ihr denn jetzt gerade so offen wie sie schon? Warum nicht? Manchmal erwarten die das nicht. Ja, aber ich so immer gehe. Und damit hab ich schon zwei Leute geholt. Ja, ist auch gut. Ich frag nur. Einer ist wieder im Bankaufzug. Fuck! What? Warum war der denn schon? Der ist im Treppenhaus. Ich hab den angeschossen, aber das hat nicht gereicht. Aufzug runter. Christian war dir in der Nähe. Beim Aufzug ist er jetzt. Ich liege im Aufzug. Ist der über mir? Ja. Also es gibt zwei Aufzüge. Oh, die kommt durch die Garage, Christian. Er ist nicht über dir, Christian. Oder? Ja, der ist in einem anderen. Bei mir in der Garage sind die da. Bei mir in der Garage. Ich mach den hoffentlich gleich. Do it. Ja, tot. Nice. Nice. Keine Ahnung, ob der sonst... Lo... Was? Der kam, glaub ich, die Treppe runter. Ja, der hat ihn schon gemacht. Ja, der kam die Treppe runter. Nee, der war... Wie? Was? Was? Das war so cool. Das war eine ganz gute Runde. Vier Leute. War gut. Aber wie der... Wie der Sniper überhaupt... Das ist aber auch so eine Aktion, die Jay macht. Die funktioniert gegen gute Spieler auf keinen Fall. Weil der Jay schleicht nicht mal und keiner von denen hat irgendwie was gehört. Doch, der ist doch geschlichen. Gewonnen! Ja, ganz am Anfang. Sehr schön. Wir haben gewonnen. Richtig geile Wunde. Warte, der Kicker ist doch nicht geschlichen. Der stand ja doch aufrecht. Ernsthaft? Der hat gesagt, ich hab mal kurz niedergerotzt. Trotzdem hab ich alt gedrückt. Alt? Ja, aber alt ist ja nur gehen. Ja, mit alt schleichst du. Oh, gut zu wissen. Wieder was gelernt in dieser Folge. Sepp, kannst du dich auch moderieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Rainbow Six. Tschüss. 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 Tschüss.